Herzlich Willkommen zurück zu Diablo. Gut, ich hätte ein bisschen abgewartet. Ich wusste nicht, dass er so lange lädt, aber wir kommen jetzt zur Ebene 8. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also auch, wie sehr sich die von dem letzten Run unterscheidet, die 8. Ebene. Und wie die Gegner drauf sind. So. Ach, lustig, hier geht's direkt zur Ebene 9. Ist aber auch Zufall, ne? Okay, was haben wir hier? Aha. Erlögen, das... Erreicht, der... Er geht auf und vernehme die Worte der Wahrheit. Denn sie sind das letzte Vermächtnis der Horadrim. Als der ewige Zwist zwischen Himmelreich und Hölle auf das Gebiet der Sterblichen übergriff, nannte man ihn den Sündenkrieg. Engel und Dämonen wandeln verkleidet unter den Menschen, kämpfen im Verborgenen, versteckt vor den Blicken der Sterblichen. Einige wagemutige, mächtige Sterbliche haben sich sogar der einen oder anderen Seite angeschlossen und so den Verlauf des Sündenkriegs mit beeinflusst. Der Pfeil steckt voll in meinem Hals. Okay. Vielleicht auch nicht. Oh, ein Mann hat dran. Ja, ich muss mitnehmen, sorry. Einfach gerade sagen, treff mich ja gar nicht hier, komm, ja. Die kennen wir, die kennen wir. Die kennen wir doch. Oh, 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 oh. Okay. Dachten, er hält das Spiel an, aber tut es nicht. Okay, so, warte. Jetzt erstmal ganz entspannt. Buch über Verschiebung. Weil ich fühle mich hier ganz wohl. Äh, oh, okay. Kriegs-Axt. Wer braucht so was? Cool, cool, cool. Fernkämpfer. Jeder schoss seinen Treffer ab. Bei dem wohl er nicht. Oh, es wird besser. Warte. Oh, das ist ein guter Tank. Na, brauchen aber schon mehr als einen Schuss. Na, sag mal. So, cool. Musikkäste. So. So, als wir jetzt eine Zwischensequenz identifizieren. Ja, komm. Noch einmal das. Machen wir einmal das. Und noch einmal das. Guck mal, noch ein kleiner. Lustig. Hm, na ne, lass mal erst mal. So. Mega cool. Ja, können wir erst mal näher können. Na, lass mal. Nein. Nichts. Du bist aber, noch mal. Das seltsame. Du bist bist, noch mal. Das versteht gut. Du bist aber auch von mir. Du bist du nicht. Und du bist, noch mal. Du bist, noch mal. Es geht immer noch, sag mal, und wir haben den nicht fallen gelassen, ne? Sag mal, ich habe mich da jetzt schon zehnmal verloren. Wie soll ich denn hier alles mitnehmen auf der Ebene? Also, gradlinig ist ja komplett das Gegenteil. Ah, der hat was fallen lassen. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Sag mal. Kein Platz mehr. Sag mal, wollt ihr mich irgendwie freuen? Kein Platz mehr. Ich höre Verteidichtkräfte hinten an. Gott. Ich hätte auch im Glückskeks stehen können. Wegen Panzer. Aber leider nix blaues. Will wieder was geiles. Oh, jetzt bin ich stärker. Bisher klappt es ja ganz gut. Ziemlich gut. Jede Holzbogen. Er ist aber kein blauer. Will ich den blauen machen? Oh. Ja. Hat aber oben getänzelt. Der hat sich auch ein bisschen überschätzt. Was da? Goldstücke. Was noch? Morgenstern. Ja, super. Alles nah. Keine Fahrt. Unnötig. Aber so krieg ich auch das Inventar. Stattportal. Ne. Foss. Irgendwo stand der Foss oder so. Oh ja. Wahnsinn. 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 Die wollen mich hier echt verkackern. So hier waren wir schon in der Rade. Ne? das müssen zu sehen so noch Welche hier? Oh. Helm. Bin ich nun ein Magiehelm? Nee, 15 Zugeschicklichkeit. Achso, dann wäre Stärke-Ding, was wir gefunden hatten, auch nicht so schlecht gewesen. Vielleicht. Hat man, glaube ich, nicht identifiziert, die hier Postrüstung. Stabheilung. Ich will auf jeden Fall noch andere Klassen spielen. Wo auch immer du hingehst, da bist du dann auch... Was für ein Witz, ey. Und der hat mich jetzt wieder da angeschmissen, naja. Aber wo war ich denn? Hier? Okay. Ich hab... Ich würde sagen, es sind mehr Gegner an den Ebenen. Weil sonst kam die mir immer so leer vor. Blöchen. Kann man gedrückt halten, ne? Ähm. Schuss trifft hier. Warte ab da einen Bogen. Oh. Ja, der macht natürlich Groß-Sauer. Und günstig. Wahnsinn. Okay. Achso, hier ist offen. Ja, toll. Ja, warte. Da hinten geht's weiter. Speichern. Hab ich ewig nicht mehr gemacht. Hatte ich feine Schlucht runter. Okay, da ist ne Tür. Hallöchen. Ist ganz gut. Na ja. Na ja. So, er hätte sein können, dass der heilt. Deswegen war das grad ein bisschen sinnlos. Wo auch immer du hingehst, da bist du... Ah, okay. Okay. Okay, okay, okay. Aber mir gefällt das eigentlich ganz gut, grad so alles vom Aufbau. Die Gegner sind halt super easy. Die waren irgendwie letzte Ebene stärker. Aber kommt halt auch immer drauf an, wenn du klasse bist, ne? Was ist denn weg? Ja, da ist ne Tür. Haben wir hier. Bing. Nehmen wir mit. Das war alles, ehrlich. Und dann die Fässer und... Ja, gut. Sieht so aus, als wären wir auch fast fertig mit der Ebene. Wären wir schon bei Ebene 9. Ich glaub, bis wieviel? Bis 11 oder 12 hatten wir's geschafft im ersten Durchlauf. Also, ich mein, was heißt geschafft? Ich dachte halt... ...und jetzt nur die Level 9 nicht komplett zu spielen. Okay. Nehmen wir, nehmen wir. Und... Wohnt sich ja richtig. Ähm... Weiß halt nicht, ob das so mega sinnvoll ist in Diablo 1. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ein wenig viel. Er ist aber neu. Möhrchen? Das war der Verrückte. Beste, was würde ich ihm leben lassen. Ah, eure Neugier wird euch nochmal umbringen. Haa. Und zwar jetzt! Jetzt? Ja. Er rückt dich jetzt. Tut mir leid. Habe ich jetzt deine Konzentration gestört? vielleicht sind wir doch ganz gut aufgestellt breitschwert breitschwert nehme ich nicht mal auf aus prinzip nicht da waren die drinnen deswegen wofür interessiert mich nicht keine ahnung wer das jetzt war ist das ding hier gefährlich was krone warum habe ich die mitgenommen ich weiß einfach nicht wenn es genug ist wo ist die fahre krass wie wenig der mehr abgezogen hat ok gehen wir nach links aber da waren wir eigentlich schon überall gucken ob wir in den räumen waren ja oder ja war nichts drin ja sieht fast aus als wäre es das mit der ebene deswegen war es unten so bauchig weil hier war nichts weiter und dazu ebene 9 ich bin mal gespannt ob da jetzt schon die blitz typen ganz schön heiß hier unten ganz schön heiß ok der hat mir aber als 7er 11 glaube ich ok und hier sind nur ja 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 löcheln nicht mal getroffen warum habe ich soviel schon erkundet ja 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 jetzt und wo 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 was unser kopf war ganz gut nachgeguckt so und vielleicht stehen noch mal oben hin identifizieren haben wir dabei können wir auf den ring machen so und gleich natürlich noch auf den landbogen habe ich aber jetzt gespannt so wir sehen die geile aus als das was ich jetzt hatte aber kein quatsch sein ok ok jetzt bis hin plus 51 prozent schaden 20 bis 21 eins mehr ach so ich sehe nicht schnell auswissen so hat nur schaden 20 bis 21 15 bis 29 und mehr trefferquote aber weniger da weiß ich nicht ob es clever ist ja könnt ihr gerne bescheid sagen es wird letzte aufnahme in der aufnahme session kein platz mehr kann sein inventar noch frei muss warten, ok ja ist ok ich glaube der Held bleibt tot das ist eine geile Ebene ich bin so ein glücklicher Vollidiot also ohne Witz, ich krieg nicht mehr mit, dass ich speichere schnell speichern, das funktioniert also ich krieg's wirklich nicht mit ich dachte, wo wir das Level geladen hatten ok die Reaktion war gerade echt da sehe ich immer so ach ist da nichts, das ist doch alles total easy mal drei Gegner dann bin ich hier komplett am Ende Hochmut kommt vor dem Fall nicht genug Mana komm da, komm da schon wieder hochmut, dann ist gut ist ja auch so gut reinhauen Buchlauernschild, ne? lass mal nehmen Atmen Atmen ist so schwer Atmen ist so schwer Entschluss nur, aber die teilen aus dafür, ne? naja ich glaube ich geh aber erstmal hier, ne? ja, hey äh 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 was mit dem Büchlein warte mal ich spreche hier mal kein Platz mehr und wo soll ich das hinpacken? kein Platz mehr kein Platz mehr kein Platz mehr ich glaube gar nicht wie es heißt ok er geht zunächst neben noch jetzt sind schon ewig kein Level mehr aufgestiegen wird jetzt härter, ne? ohhhh yes ok 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 ooooh muss ich hier speichern eigentlich? War mir das so ein Bedürfnis oder? nicht genug Manner ab still вр Odoh nicht, ne? ab still tot Garne Ich bin zu ihm ermüdend für sowas. Nein, gerade totale Reizüberflut. So gut. So, Gepäck. Ah, okay, okay. Haben wir noch was zum Identifizieren? Guck mal, Trefferpunkte plus 49. Aber unsere hat Geschicklichkeit gemacht, 15. Wir sind bei 119%, 100% reich, oder? Man kann ja nicht übertreffen. Ne, weiß ich nicht, oder? Fett schon. Der war raus, ja. Ja, vielleicht sollte man dann doch was über so zur Blitzverteidigung dabei haben. Kranke, Psyche. Gut, wir haben uns aber besser geschlagen als beim letzten Mal. Ah, Kranke, es endet nicht. Es endet nicht. Das ist cool. Ziemlich cool. So gut, und hier, vielleicht kommen wir auch hier durch. So gut. Okay. Okay. Alter. Was ist da hinten? Können wir uns natürlich einsperren. Schon cool. So eine Momente. Das macht es natürlich auch aus, ne? Was war denn das? Eine Kiste? Okay. Dann die jetzt, ne? Oh, doch, wenn er wollt. Speichern und reindern. Was ist das geil? So klar. Was für eine komplexe Ebene. So, aber wie es weitergeht, erfahrt er im nächsten Part. Ich muss schon lange, lange schlafen, aber... Ja, Blunder, da kannst du nicht so schnell wieder aufhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. In drei Tagen kommt der nächste Part und dann sollte es im besten Fall auch wieder länger werden. Weil dann müsste ich wieder aus Krakau zurück sein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.